Also, Matthias oder Matze? Matthias. Trainer oder Spieler? Trainer. Deutschland oder Österreich? Ich arbeite in Österreich, also Österreich. Freilassing oder Salzburg? Salzburg, die deutlich schönere Stadt. Gegentor oder Notbremse? Notbremse. Verstecktes Fall oder Blutgrätsche? Verstecktes Fall. Englische Woche oder Trainingslager? Englische Woche. Trainerbank oder Seitenlinie? Seitenlinie. Brandrede oder Enttäuschung? Brandrede. Feiern oder Genießen? Genießen. Tennis oder Basketball? Tennis. Berge oder Meer? Berge. Aktiv oder Wellness? Aktiv. Sommer oder Winter? Sommer. Ordnung oder Chaos? Auf jeden Fall Ordnung. Kochen oder Bestellen? Bestellen. Burger oder Pizza? Burger. Bier oder Wein? Wein. Weiß oder Rot? Weiß. Fernsehen oder Buch lesen? Buch lesen. Komödie oder Krimi? Komödie. Herz oder Kopf? Herz. Texten oder Telefonieren? Sprachnachricht. Geburtstag oder Weihnachten? Geburtstag. Anzug oder Jogginghose? Anzug. Frühaufstehen oder Langschläfer? Frühaufstehen. Warm oder Kaltduschen? Kaltdusche. Wenn der madde in uns interessantes Hy hookiyor hat. Vora. W szame. I Petel. Vora. Hardame voy. Vora. Wir machen. Wir machen hypertension. Wie sind sie dann?